einen wunderschönen guten morgen an alle die zum ersten mal da sind herzlich willkommen zurück an alle die schon wieder da sind wie sieht es aus hier mit den allcoins gut gut sieht's aus richtig schön gestiegen über die nacht kann man eigentlich nicht sagen denn ich bin seit zehn acht zwei ungefähr wach und habe daher den move mitgekriegt und das war so ein guter stunden move sage ich einfach mal in denen alles eigentlich komplett nach oben geschreddert ist aber meine persönliche meinung schön nicht nachhaltig so ein counter move von gestern haben wir ja bei einigen allcoins ein bisschen auf die backen bekommen und das war eher so ein konterding irgendwie in meinen augen gehen wir natürlich jetzt gleich darauf ein wer wieso und weshalb und warum bist du sowieso ein bisschen wahnsinnig weiß ich sonst würde ich jetzt nicht hier schon wieder für euch da sein einen wunderschönen guten morgen auch natürlich einer die so früh schon im chat unterwegs sind ich muss sagen ihr seid gestern mal wieder eine kommentarfunktion ausgerastet deswegen haben wir heute wieder 60 coins gefühlt das ganze wird ein paar minuten länger dauern wir fangen wie immer an mit light gone aktueller kurs 65 euro knapp 64 64 stunden kerze boom wieder drüber stunden kerze ausbruch retest wir warten auf den follow stunden kerze über 65 dollar geht man steil in richtung 66 wenn das bricht kann ich mir oben die zusammenführung dieser beiden linien an denken ungefähr bei 67 auf vier stunden basis seht ihr jetzt hier bei bei light coin dass wir die divergenz hatten und dass das ganze jetzt ein bisschen runter kommt ja wenn wir davon ausgehen dass wir diesen weg nehmen das ist die gleiche höhe mal den ganzen schrott hier mal weg es ist die gleiche höhe aber ihr seht auch hier auf dem rsi das war ein hoch ein lower high ein lower high und noch ein lower high und der kurs macht gleich 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 in gleich das ist eine hammer divergenz eigentlich normalerweise müsste man hier schon den short nehmen allerdings mache ich das natürlich nicht denn ich warte darauf dass wir diese weiße absteigende linie wieder nach unten hinnehmen und dann nehme ich den short es sieht mir wirklich nach einem counter move aus von gestern wo wir ja vier prozenter noch gefallen sind und wenn wir so eine art topping formation machen also wenn es so langsam in in diese region geht oh ja gehen wir jetzt noch weiter hoch oder nicht und ich weiß nicht so genau dann sehen sie extreme volatilität dann geht sehr schnell mit fetten swings hoch und runter und dann sieht man hier so bau 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 swing nach unten swing nach oben und von daher würde ich das definitiv jetzt abwarten dass wir die weiße diagonale linie nach unten brechen dann den short rein es sei denn wir kriegen vier stunden kerze über 65 40 oder die eine stunden kerze hier drüber dann bin ich gezwungen erstmal nochmal long mitzugehen diese paar euros hier vielleicht mitzunehmen wer da bock drauf hat die jepp aber ich denke dass wir hier so langsam so eine art topping machen und ich persönlich nehme jetzt hier keinen long mehr es sei denn wir würden aus unserem großen rising wedge nach oben ausbrechen dann definitiv weiter xrp 38 muss ich jetzt glaube ich nicht viel zu sagen da sind wir wieder weiß und weiß tageslinien weiß und weiß mehr ist das nicht runtergekommen langer weg langer weg wieder drüber wieder weg keine guten anzeichen für xrp wir brauchen da wir müssen dann wirklich eigentlich mal eine dages kerze drüber schließen bevor wir in long eingehen können positiv war natürlich hier unten dass wir die 37 37 gehalt haben kopf fallen wieder darunter short dann erst mal hier in diese aufsteigende weiße linie bricht die weg dann sehen wir 35 bei xrp in der long position wie gesagt das ist ein bisschen schwer wir hatten theoretisch einen langen ausbruch vier stunden basis hier oben bis 38 darüber kann man das probieren aber wohin in 39 cent macht für mich keinen sinn ich warte auf den tages klaus wirklich hier über dieser weißen linie da kann ich natürlich einiges an prozenten verpassen jepp arbeit bin ich bereit 38 20 ist die marke für den tages klaus kala jedenfalls counter move aktuell wir haben noch gesagt hey leute wenn wir hier das halten dann suchen wir nach bahn zu bauen bei uns zeichnen uns eine diagonale linie an wenn wir die nach oben nehmen dann müssen wir wieder long gehen gut das mal anders habe ich hier gestern einfach mal so freihändig per hand eingezeichnet das war natürlich da in genau hinkommen habe ich jetzt nicht mit gerechnet aber schon trotzdem sehr sehr interessant wir haben diese linie hier erneut retestet kommen jetzt wieder runter long trade nein würden wir wirklich hier drüben noch mal drüber kommen über die 58,4 cent bin ich gezwungen wieder den long zu nehmen hier in 59 99 grob in 60 cent sollten wir darüber kommen aber denke ich explosion bei ada ansonsten bleibt es dabei sollten wir hier unten die 56,3 cent nach unten unterscheiden dann sehen wir uns auf der grünen linie bricht die weg er so in richtung 53 cent bei ada jetzt gerade gibt es ja hier nicht so viel zu tun guckt euch mal bitte das volumen dieser vier stunden kerz an bei diesen also das rote volumen es im grunde genommen immer größer als das grüne volumen guckt euch mal hier diese diese vier stunden kerz an das ist das ist gar nichts das ist ein furz eigentlich wirklich unfassbar bei diesem volumen dass wir diesen move hingelegt haben wie chain ist eigentlich short gewesen jetzt haben wir die vier stunden kerze hier drüber geschlossen oder natürlich leider in anführungsstrichen leider erst mal positiv jetzt kriegen wir hier den retest und sollten wir dann stunden kerze kriegen über dem ausbruchspunkt hier oben dann sind wir auch hier gezwungen noch mal long zu gehen wieder in die 3,38 beziehungsweise vielleicht sogar doch noch mal in die 3,4 bevor es dann wieder runter gehen kann würden wir die vier stunden kerze wieder hier drunter schließen ja dann sind wir instant für das short in richtung 3,2 bricht die weiße linie tendieren wir eher so in richtung 3,2 beziehungsweise 2 3 cent beziehungsweise 2,86 solana ebenfalls dicker fetter counter move ihr seht dass wir wollen hier unten drunter nicht schließen wir haben unter der marke nicht geschlossen und jetzt haben wir den counter move sind wir da drüber und jetzt auch hier ausbruch retest kriegen wir in follow und somit eine stunden kerze über 46 83 sind wir erstmal long bis 47 83 und sollten wir hier drüber kommen 50 dollar bei solana sollten wir die kerze wieder hier drunter schließen schlimmstenfalls unter der marke von 540 80 bin ich short in richtung 44 80 aber ich gehe dass wir dann davon aus dass wir durch brettern werden und diesen knoten punkt hier anlaufen sollten bei 43 50 sollen wir den nach unten hinbrechen ab die wilde fahrt in richtung 40 dollar link ebenfalls counter move wir haben gesagt wir wollen die weiße linie halten wir gehabt dann gab es einen richtig langen wick total interessant wo ist das ding hingegangen genau aber wirklich exaktum auf unsere weiße linie da pick drauf und dann sagt sind wir wieder nach oben gesprecht das ist auch das hier genau wovon ich rede das sind counter moves wir haben zum ersten wir haben jetzt aktuell ein lower high im endeffekt das zweite lower high denn das war ein high das war ein lower high und das wäre das dritte lower high und wir haben eine absteuerung wir haben absolut auch hier eine divergenz gehabt du kurscht euch mal hier den LSI an das sind wie viele punkte sind das hier da waren wir bei 77 das war das erste hoch hier das war das zweite hoch da waren wir bei 70 hier das war wieder höher der dritte hochpunkt der war dann hier erwarten wir eine RSI von 65 das war hier das war der dritte hochpunkt und dann sind wir noch mal in die gleiche area gekommen hier bei diesem leichten bei diesem leichten low low und es war wieder ein tieferer also vierfach divergenz eigentlich hier und das sieht mir nach einem browning top aus und das sieht mir nach einem counter move aus ich persönlich warte darauf dass die absteigende weiße die aufsteigende weiße linie nach unten bricht und dann setze ich sofort den short bei link ansonsten in richtung nur ganz ganz ehrlich nur kann ich mir auch vorstellen allerdings müssen die beiden weißen linien da über uns überwinden und wo dann wer wie wo was na richtig da müssen wir erstmal hier hinkommen können wir das auch eingehen das haben wir gestern abend auch noch hierhin gezeichnet und dabei bleibt es auch bei quant es sieht das ganz genauso aus wir haben doppelboden gebildet genau unserer weißen linie zweimal aufgeschlagen bing 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 und dann zack ab die wilde fahrt wieder in richtung morgen sieht mir trotzdem nach dem counter move aus würde ich jetzt hier schon long gehen nein wir haben lang aus hier bis 22 70 122 70 das ist ein retest und sollten wir dann wirklich in dem fall würde ich jetzt hier die grüne linie nehmen die 124 sollten wir darüber kommen bin ich gezwungen das ganze zu longen wieder hier oben in die 129 sollten wir darüber kommen 131 und 135 glaube ich aber nicht dran schlimmstenfalls beziehungsweise ich würde den short definitiv nehmen wenn wir die weiße linie hier diese aufsteigen nach unten hin rausnehmen in der stundenkerze dann bin ich erstmal short denn von hier aus also das verläuft diesem zeitpunkt bei 117 von daraus geht es eigentlich relativ schnell in 113 und danach in 111 bei quant long da wäre ich wirklich vorsichtig in diesem moment obwohl wir überall im plus sind und es super super bullisch aussieht matic hat erneut hier noch mal die 103 re getestet auch hier gab es eine mega divergent zumindest auf dem stundenbasis chart hier ziemlich weit oben der rsi hier weiter runter kurs massiv höher ab verkauft und dann sind wir noch mal hier in dieselbe area gekommen und der rsi ist wieder absteigen sieht mir nach dem counter move aus wäre auch zum aktuellen zeitpunkt ein lower high also von daher würde ich jetzt hier in long erstmal nicht präferieren nein würden wir nämlich hier unten die 98 cent nach unten hin rausnehmen welche sofort short das ist diese rote linie hier darunter denke ich gibt es ein push in richtung süden und hier liegt dann auch meine short in anführungsstrichen oder kommen wir zu den ganzen coins die ihr euch gewünscht habt wir fangen an mit algorand aktuell 37 cent ebenfalls hier leichter counter move in anführungsstrichen leichter counter move eher ein richtiger großer counter move aber auch hier müssen wir auch mal auf große timeflakes gehen auch hier ist die divergenz zu erkennen da waren wir hier niedriger als hier der rsi war hier höhere höher als hier und jetzt haben wir noch mal niedrigen rsi mit dem somit nochmal in die marke gekommen das ist ein noch maliges antesten dieser linie meine meinung das ganze ist nicht positiv meine meinung das ganze wird nicht positiv enden und jetzt müssen wir natürlich aufpassen dass wir hier ja das erstmal nicht rausnehmen denn wenn wir hier runter fallen sollten unter die marke von 36 cent dann landen wir bei 35 bricht 35 gibt es einen schnellen move in 33 cent bei algorand würde ich in long nehmen jepp wenn ich hier die heiß rausnehme bei ungefähr 38 cent darüber können wir das ganze zu probieren er sie würde sich gewünscht sieht ebenfalls nicht günstig auch aus auch hier eine absolute divergenz richtig krass zu sehen auf dem vier stunden chart ihr seht das hier der rsi war an diesem hoch bei 88 88 dann sind wir höher gestiegen der rsi war hier bei 83 dann sind wir noch mal höher geschickt der rsi war bei 71 trotzdem wieder höher kurs und zum vierten mal in folge haben wir die bärische divergenz gehabt und noch mal ein höheres high gebildet richtig ekelhaft das hätte man erkennen müssen und dann relativ weit oben auch den short nehmen können ihr seht hier war die linie haben wir 1 2 3 mal retestet diese aktuell sind wir hier drunter gefallen und retesten das ganze eigentlich muss man ganz ehrlich sein sieht a zero richtig richtig schnieke short aus ihr seht auch hier haben wir auf stundenbasis eine leichte support marke noch die wir erhalten haben 1 2 3 4 5 6 7 29.000 mal sollten wir da wirklich drunter fallen da müssen wir dann mal das war gar nicht stundenbasis das war vier stundenbasis entschuldigung da müssen wir mal gucken wenn wir wirklich da drunter fallen sollten eigentlich hier alles unter 1 30 unter 1 30 ist a zero short würde ich hier noch mal long trade eingehen bin ich ganz ganz ehrlich wenn wir über diese 1 36 kommen ausbruch retest follow dann ja allerdings nur bis hier oben da würde ich profite nehmen weil ich nicht glaube dass wir hier diese hochs noch mal wieder sehen werden wie sieht es aus bei koti aktuell 1,3 prozent im minus haben wir hier genau den knotenpunkt angesteuert nie mal nie haben wir noch keinen bock ich mache noch mal einen sprung reteste hier diese die diese diese resistance marke wo wir hier als support aufgesetzt sind hier auch noch mal genau dran gekommen nicht drüber gekommen wenn wir das wirklich noch mal nach oben hin brechen sollten bin ich auch hier gezwungen den long noch einmal zu nehmen in die grüne linie was hier noch mal hier oben hinkommen glaube ich nicht auch hier ist die divergenz zu sehen aufsteigender kurs absteigen der rsi in dem fall wäre ich auch hier ziemlich vorsichtig sehr sehr schlecht wäre es wirklich wenn wir hier diesen knotenpunkt nicht korrekt ganz korrekt eingezeichnet ist wenn wir diesen knotenpunkt nach unten hinnehmen was kommt ungefähr so heute mittag so gegen zwei uhr wenn der nach unten hin bricht dann sehen wir erst mal push in die marke von 11 cent bricht die weg 10,3 bei koti mario wir sitzen aus bei crow crow muss ich jetzt gar nicht zusammen guckt euch mal an wie das die nach auf wie das aufsteigend ist hier das ist kannst du so ein zeichnen und den rsi kannst du im endeffekt so sehr schön den rsi kannst du im endeffekt so ein zeichnen guckt euch diese divergenz an das sind vier stunden basis chart das ist eigentlich richtig krass hier muss man aber auch dann wirklich langsam nach einem short gucken die frage ist nur wo nehme ich den ein bin ich wirklich so spekulativ und warte dass wir hier oben hinkommen um den dann einzunehmen oder warte ich wirklich darauf was meiner meinung nach sinniger wäre dass dieser knotenpunkt hier nach unten bricht weiß und grün wenn das ding in weg fällt bei 14,9 cent dann sehen wir einen relativ schnellen fall auf 14,2 bricht der sehen wir uns auf dieser weißen linie wieder sollte die brechen dann ab die fahrt in richtung süden aber massiv mario wie sieht es aus mit einem long joe würde ich einnehmen wenn wir wirklich hier oben drüber kommen über diese 16 cent dann bin ich auch bei crow in richtung norden mit dabei grt wurde sich gewünscht richtig krass abgestaft in den letzten jahren monaten eigentlich jetzt bilden wir hier auf tagesbasis so eine art keil das relativ schwer sollten wir natürlich auch hier durch diesen knoten punkt fallen das ist die marke von 13,2 cent dann wäre ich sofort aus einem long trade raus wenn ich in einem drin wäre denn dann gibt das hier wahrscheinlich einen relativ zügigen push in diese marke das verläuft dann genau bei 12,7 bricht die sehen wir uns hier unten irgendwo bei 11,6 cent wieder auf kürzester heim frames ist hier eigentlich das genau das gleiche zu erkennen wie bei allen anderen ein high ein higher high noch mal eine higher high zumindest hier auf wick basis und dann in dem rsi überall lower highs also ebenfalls hier würde ich definitiv aufpassen bei grt da sollten wir nachhaltig und ich spreche von nachhaltig und nicht hier sowas sondern nachhaltig hier oben drüber hinaus ausbrechen dann bin ich auch hier gezwungen die long zu gehen allerdings verläuft das erst bei 15,7 cent und von daher würde ich eher in richtung südseite linkern wie sieht es bei ksm mario ganz ganz bescheiden sage ich einfach mal hier im vergleich zu vielen anderen die immer noch weiter steigen haben wir schon unser rounding top gebildet und wir sind auch hier durch diese aufsteigende linien durch gebrettert haben diese re getestet haben diese re getestet und ziehen jetzt weiter ihr seht hier ist noch ein ganz ganz klares level die marke von 58 dollar bricht die nach unten hinweg dann landen wir hier und diesen los bei ungefähr 55 55 so eine zone zwischen 55 und 56 dollar sollte die brechen dann sehen wir uns hier erstmal bei 50 dollar wieder ein long trade ist hier logischerweise jetzt gar nicht zu sehen da müsste ich das nach oben hin brechen und die nächste resistance verlaufen bei ungefähr 63 dollar sand wurde sich gewünscht sand hat auch ein bisschen sand im getriebe sage ich einfach mal guckt euch diese seitwärts bewegung an übelst übelst langweilig mehr kann man dazu einfach nicht sagen dass stunden war sich wirklich verklickt tagesbasis wollte ich haben da machen wir im endeffekt gar nichts das ist ziemlich langweilig hier ist eine ganz klare resistance in richtung norde in richtung süden leicht leicht aufsteigen diagonal gesehen das seht ihr hier also wir befinden uns hier praktisch in dieser in diesem art dreieck triangle hier brechen wir nach oben hin aus hier oben ist das die 1 45 aber an grob 1 dollar 50 und dann kann man das ganze long und ansonsten sollten wir hier nach unten ausbrechen verlaufen jetzt gerade bei 1 dollar 30 1 29 um genau zu sein dann erstmal short bei sand scrt wurde sich gewünscht auch hier doppelt top im rsi beziehungsweise der rsi hat hier 80 war er war genau der angela genau das gleiche aber ihr seht auch hier theoretisch könnte man sich auf dem rsi eine schöne aufsteigende linie mit ziehen bricht die nach unten glaube ich dass der kurs auch nach unten hin bricht in dem fall wäre das das durch durchdringen sage ich jetzt schon das durchdringen dieser aufsteigenden linie das wäre der bruch des rsi ich würde allerdings schon in anführungsstrichen den short einnehmen wenn wir durch diese marke durchfallen hier das ist die 1 1 1 36,8 dann denke ich landen wir definitiv noch mal auf der weißen linie sollte die brechen dann bricht die rsi linie und dann werden wir hier nach unten tendieren bei scrt gibt es denn hier eine möglichkeit guck mal dort ist eine absteigende linie sollte die nach oben gebrochen werden sehen wir die lokalen hofs noch mal wieder sollten die gebrochen werden auch 1 60 1 70 bei scrt möglich schieber haben wir gestern darüber gesprochen brauchen wollte eigentlich nicht normal besprechen war gestern short da haben wir gesagt dann geht mal hier rein aber in stop loss hier oben erstmal hinsetzen ihr seht heute der counter move der warten noch mal fast in die hofs und hier auf rsi basis genau das gleiche zu sehen wie bei vielen kurs aufsteigen rsi massiv absteigend kein günstiges zeichen hier jetzt sind wir wieder unter der linie alles tipi topi und sollten wir das hier nach unten hin brechen meine fresse ich muss mal einstellen dass das auch wirklich gleich wird sollten wir das hier nach unten hinbrechen dann sehe ich heute ein minus fünf bis minus zehn prozenter bei schieber das ist die marke von 0,001 5 7 7 dann geht es hier noch mal auf diese kleinen kleine support marke ich sehe uns aber eher wahrscheinlich hier unten wieder bei schieber definitiv aufpassen mit long position der letzte konnte sich gewünscht führen es war xdb aktuell 2,5 prozent im minus hier noch nichts in anführungsstrichen großartiges aber auf vier stunden basis haben wir hier eigentlich short das war unsere support marke die uns hier unterstützt hat hier widerstand war die uns dann hier unterstützt hat und hier und mit dieser kerze sind wir durchgefallen wie getestet nochmal wie getestet also hier ist im endeffekt nicht viel ich warte darauf dass wir an den nächsten support klatschen wer ist dann hier sollte er auch noch brechen sehen wir uns auf den absoluten los wieder darunter wird es natürlich super super eklig bei digibyte da ist ja auch in long möglich ist wenn wir natürlich diesen knutpunkt nach oben hin brechen dann geht es erstmal auf die lokalen host bricht das dann kommen wir hier und sollte das brechen sehen wir die weiße linie hier oben wieder aber dazu müssten wir natürlich auch erst einmal dorthin kommen das war's das war sehr sehr lang heute aber ihr habt euch auch in den kommentaren einige coins gewünscht ich habe versucht trotzdem immer mir jeden einzelnen coin mit rein zu nehmen wenn ich einen vergessen habe tut es mir leid ansonsten lasst gerne einen like und kommentar gleich für den algorithmus und ich wünsche euch einen wunderschönen start in diesen sonntag in die neue trading woche ich freue mich dass das wieder los geht und bin wirklich gespannt was so diese woche abgeht gleich im bitcoin und ethereum update gibt es noch eine zweite spannende entdeckung will ich euch nicht freund halten ansonsten habt einfach einen wunderbaren start in diese woche und wir sehen uns gleich noch zum bitcoin und ethereum update